Der von Elia vorgesehene Trassenverlauf für das Allegro-Projekt, der während der Vorabinformation der Öffentlichkeit im Oktober 2016 erläutert wurde, sieht wie folgt aus. Die unterirdische Verbindung Allegro durchquert 14 Gemeindegebiete und verläuft über eine Länge von 49 Kilometer von Lix-Visee bis zur belgisch-deutschen Grenze. Die Konverterstation wird in Lix auf dem Elia-Gelände neben dem bestehenden Umspannwerk gebaut. Die Anlage ist das Herzstück der Verbindungsleitung. Sie wandelt den Gleichstrom in den im bestehenden Netz verwendeten Wechselstrom um. Warum Lix? Weil es sich um einen wichtigen Knotenpunkt des Elianetzes handelt. Deshalb wurde dieser Einspeisepunkt gewählt. Die Konverterstation wird in der Rue de Thailly errichtet, gleich neben der bestehenden Anlage. Sie nimmt eine Fläche ein, die in etwa so groß ist wie ein Fußballfeld. Zur optimalen Integration in die Landschaft wird eine Grünzone angelegt. Ab Lix verläuft Allegro entlang des Albert-Kanals bis zum Autobahnkreuz Scherat. Schauen wir uns die Trasse genauer an. Sie verläuft vorwiegend entlang bestehender Infrastrukturen. Treidelwege, Autobahn, Infrabellgelände. Wohngebiete, Gebiete von großem biologischen Interesse und Natura 2000-Gebiete werden wo immer möglich vermieden. Die Trasse wurde so gewählt, dass die Beeinträchtigungen für Verkehr und Umwelt während der Bauarbeiten möglichst gering sind. Von der Konverterstation in Lixer aus unterquert Allegro die Rue des Simontiers und erreicht dann den Albert-Kanal. Während der Bauarbeiten sind die Auswirkungen auf den Verkehr sehr gering, da das Erdkabel unter der Nationalstrasse durchgeführt wird. Über die Rue du Ornay verläuft das Erdkabel weiter bis zur Rue de l'Ecluse und führt am Albert-Kanal entlang. Und durchquert dann Lix und Accourt. Wir befinden uns noch immer auf dem Quai des Simontries. Das Erdkabel wird nun unter die Nationalstrasse 618 geführt. Die Bauarbeiten haben kaum Auswirkungen auf den Verkehr, denn das Kabel wird mittels Richtbohrung unter der Brückenrampe verlegt. Wir sind in der Alli-Wert. Die gesamte Trasse wurde von Elia möglichst so eingeplant, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite von Wohnungen verläuft. Allegro verlässt schon bald die Alli-Wert und führt zu einem Weg unterhalb des Quai des Allages. Von hier bis zur Kläranlage wird streng darauf geachtet, dass die Bauarbeiten möglichst wenig Auswirkungen auf das Ravel-Netz haben. Allegro wird an der Kläranlage entlanggeführt, und setzt seinen Weg in der Rue Voidelièges fort. Dann geht es weiter unter der Pont d'Argento zwischen dem Albert-Kanal und dem Polizeikommissariat in die Rue du Passage d'Eau. Die Trasse führt weiter bis zum Quai des Allages und läuft am Albert-Kanal entlang. Allegro überquert den Quai d'Abbos und geht in den Weg unterhalb des Quai des Allages. Allegro mündet in die Rue Sorisier-Colley und setzt seinen Weg entlang der Rue de la Dique fort. Von Upey geht es weiter nach Erstal. Von dort geht es hinter dem Einkaufszentrum vorbei zur Talbrücke Scherat. Für die Bauarbeiten, die hinter dem Carrefour ausgeführt werden, setzt Elia modernste Spitzentechnologie ein. In 30 Metern Tiefe wird unter dem Albert-Kanal und der Mars ein etwa 700 Meter langer Mikrotunnel gebohrt. Die Startgrube des Tunnels befindet sich gleich hinter dem Carrefour. Der Tunnel verläuft parallel zur Talbrücke Scherat. Die Zielgrube des Mikrotunnels befindet sich in der Rue Verrier am rechten Marsufer. Geografische Besonderheit? Der Mikrotunnel durchgehört auf gerade mal 700 Metern drei Gemeinden. Erstal, Upey und Lüttich. Aus Sicherheitsgründen ist der Mikrotunnel nach Ende der Bauarbeiten nicht mehr zugänglich. Am Ende des Mikrotunnels verläuft Allegro unter dem Autobahnkreuz und mündet zwischen der Rue de la Curee und der E40. Um das Erdkabel unter der Autobahnkreuzung durchführen zu können, setzt Elia eine weitere besondere Technik ein. Die Richtbohrung. Die hat einen großen Vorteil. Die Verkehrsbehinderungen werden minimiert, da keine Gräben ausgehoben werden müssen. Allegro ist nun wieder auf dem Gemeindegebiet von Visee und setzt seinen Weg in Richtung Blenis fort. Allegro verläuft unter der Bahntrasse und entlang der Rue Cesario weiter. An der Brücke geht Allegro auf die andere Seite der Autobahn und dann weiter an der E40 entlang. Wir befinden uns in Blenis. Allegro geht von der Autobahn ab, in die Rue de la Pelle, bis zum Verkehrskreisel. Auch hier kommt die Richtbohrung zum Einsatz. Das Erdkabel wird unter dem Kreisel verlegt und entlang der N604 bis zum nächsten Verkehrskreisel geführt. Dann geht es wieder in Richtung Autobahn. Allegro verläuft an der E40 entlang, bis zum Rastplatz Bachchon. Wir sind in einer neuen Gemeinde, Soumanye. Die Allegro-Trasse geht nun von der Autobahn ab und wird um den Rastplatz Bachchon herumgeführt. Dann geht es weiter bis zum Verkehrskreisel in der Rue du Fort und anschließend entlang der Nationalstraße bis zur Rue du Fautet. Ein Stück weiter in der Rue du Fautet geht es rechts ab, in einen Feldweg, bis zur Rue du Centre. Allegro wechselt die Seite und geht über die E40 in die Rue de la Saint-Soubaouette. Im Großen und Ganzen geht es weiter an der E40 entlang, bis zur ICE-Trasse. Bis zur N3 verläuft Allegro entlang der Rue La Bouxe. Auf der Nationalstraße geht es 500 Meter weiter bis zur Autobahnauffahrt. Dann wechselt Allegro nach rechts und geht über 300 Meter über einen Feldweg unter der Autobahn auf die andere Seite. Dort führt Allegro erneut über Feldwege an der E40 entlang. Wir sind in der nächsten Gemeinde. Von Sumagne aus erreichen wir Erw. Weiter geht es über Feldwege bis zur Autobahnbrücke Erw. Dort verlässt Allegro die Autobahn und verläuft dann an der ICE-Bahntrasse entlang bis zum Autobahnkreuz Batis. Am Autobahnkreuz Batis wird Allegro mittels Richtbohrung unter den Autobahnzubringer Richtung Verviers geführt. Und nimmt dann wieder den Trassenverlauf entlang der ICE-Strecke auf. Von Erw gelangen wir in die nächste Gemeinde. Wir befinden uns in Timister-Clairmont. An der Autobahnbrücke Timister-Clairmont hat sich Allegro über mehrere Kilometer eine Trasse zwischen zwei Verkehrsinfrastrukturen ausgesucht. Der Autobahn und der ICE-Strecke. Dann geht es unter der Brücke von El Sot weiter. Unsere nächste Gemeinde ist Welkenrad. Entlang der Autobahnraststätte führt die Trasse weiter bis zur Rue Bayou. Und dann wieder an der ICE-Trasse entlang. Am Wald von Grünhaut geht es durch die Gemeinde Limburg. An der ICE-Trasse entlang kreuzt Allegro das Ökodukt. Im Waldgebiet werden Umwelt, Flora, Bäume, Hecken, Sträucher und Fauna ganz besonderer Aufmerksamkeit gewidmet. Am Ende des Waldes von Grünhaut erreichen wir die Gemeinde Balen. Auf der Höhe von Moischemann verläuft Allegro weiter über die Infrabell-Infrastruktur an der ICE-Trasse und der E40 entlang. Wir erreichen die neue Autobahnausfahrt Eupen in Korbusch. Die Allegro-Trasse führt noch immer an der ICE-Trasse entlang, bis sie den Verkehrskreisel an der Autobahnabfahrt erreicht. Wir sind in Eupen. Mittels Richtbohrung wird Allegro unter der Nationalstraße durchgeführt, bis das Erdkabel erneut die ICE-Trasse nach Deutschland erreicht. Wir befinden uns in Lonsen. Hier kommt wieder die Technik der Richtbohrung zum Einsatz. Das Erdkabel wird unter der ICE-Trasse durchgeführt und läuft dann über mehrere Kilometer zwischen der Bahntrasse und der Autobahn weiter. In der Dorfstraße in Lonsen wird Allegro unter der ICE-Trasse, dann über den Infrabellweg und einen Pfad und schließlich durch ein Waldgebiet an der Autobahn entlang geführt. Wir haben die Gemeinde Raren erreicht. Hinter der Ausfahrt Einatten unterquert die Verbindungsleitung mittels Richtbohrung die Autobahn. Entlang der nördlichen Seite der E40 geht es am Ost-Hertogenwald vorbei bis zum Grenzpunkt. Am Ende der Autobahnraststätte befindet sich der Übergabepunkt. Hier treffen sich Elia und Amprion. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion ist für den deutschen Teil des Allegro-Projekts zuständig. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion